Montag bei Bergwelten. Ist man der Freiheit in der Natur näher? Freiheit Raum heißt minimieren. Ich muss Ballast abwerfen. Doch wie klappt das? Freiheit gelingt nur mit Abstand und mit Position wechseln, Perspektive wechseln. Bergwelten. Freiheit suchen, Freiheit finden. Montag, 21.15 Uhr bei ServusTV. Untertitelung des ZDF für funk, 2017